Oh. Gut, schauen wir uns jetzt erstmal das an. Was haben wir hier? Eine Sicherung. Weitere Reparaturen zu erledigen. Heute muss ich wirklich viel anpacken. Da haben wir noch ein Geld. Ein Geld, zwei Geld, drei Geld. Die Hälfte einer Zange nutzt einem nichts. Ja, dann such die andere Hälfte. Was haben wir hier? Was kriegen wir hier Schönes? Einen Containerhebel. Das ist gut. Containerhebel ist immer gut. Was wohl geschieht, wenn ich die Tür Nummer 2 wähle? Dann fliegst du wahrscheinlich raus. Wackelkopffigur. Was haben wir hier? Was bist denn du? Ein Blasrohrpfeil. Okay, und wieder Geld. Ich würde dies gern zum Laufen bringen. Eine Sicherung? Nö. Was haben wir hier? Münze, Dingsbums. Es ist mehr als nur eine Dekoration. Ui, da ist Strom. Was fällt da kaputt schon wieder? Das da? Nö. Okay, was ist mit dir? Carney. Carney hat so lange, wie er konnte, seine Arbeit erledigt und wurde hier im Riesenrad eingeschlossen. Okay. Carney, der Jahrmarktstechniker. Tjo, der hat ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Dieser Jahrmarkt ist entweder ein Beispiel für große Macht oder der Ruf nach einem Hobby. Wo ist ein Zauberer, wenn man ihn benötigt? Hokus Pokus, Filibus und der Schloss ist offen. Ne? So ungefähr. So, brauche ich da die Sicherung eventuell? Nö. Nö. Okay, aber wir haben einen Containerhebel. Das heißt... Zack, zack, zack. Schubsdiwups. Wir kriegen noch eine Sicherung. Wir kriegen Silber. Wir kriegen Kohle. Das ist ein Müll des anderen Schatz. Die Zeit arbeitet nicht für uns. Was haben wir hier? Einen Stein. Oh, sonst haben wir da nichts. Jo, okay. Okay, jetzt haben wir jede Menge gefunden. Okay, passt. Da können wir sich irgendwas anschauen. Hier im... Da können wir noch irgendwas machen. Was kann ich hier machen? Da kann ich doch nichts mehr tun. Sprach der Tonfisch. Silber? Nö. Stein? Nö. Okay, kein... Ah, warte mal. Vielleicht kann ich mit Stein die Schaufel gerade kloppen. Tatsache. Und jetzt kriege ich natürlich eine Schaufel. Aber mit dem guten Smiley weiß ich auch schon, wo ich hingehen kann. Warte mal, schauen wir da mal. Was kann ich hier noch machen? Kann ich eigentlich gar nichts machen. Hier kann ich noch reingehen. Kann ich hier noch irgendetwas tun? Okay, das sind die Mäusezeichen, glaube ich, gewesen. Da fehlt aber noch irgendetwas. Das können wir nicht nehmen. Ne, gut. Okay, hier draußen haben wir noch irgendwas. Hier. Ah, Silber fehlt noch. Ne. Fehlt noch eine Farbe. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Da kann ich noch irgendwas machen. Was kann ich noch machen? Telefonzelle. Aber Telefonzelle ist was Extriges. Genau. Ja, hier. Aber das habe ich ja noch nicht. Wurscht. Gehen wir mal zurück. Denn ich will das gute Smiley hier reinlegen. Dann haben wir noch eines zum Erledigen. Blas oder Pfeil? Was kann ich hier noch alles machen? Da könnte ich noch was machen. Okay, mit der Schaufel irgendwas. Okay. Ah, was habe ich jetzt gefunden? Einen Bronzegriff. Ah, mit dem Bronzegriff kann ich natürlich hier etwas tun. Glaube ich zumindest. Jawohl. Das Schatürchen hier öffnen. Dann habe ich eine violette Flasche. Mit der violetten Flasche gehe ich wieder hinauf. Glaube, dass das sogar eine Farbe ist. Okay, doch nicht. Scheißen, Dreck. Hab ich mich vertan. Dann musste ich eigentlich wieder runtergehen. Nochmal runtergehen. Und hier. Und hier was machen. Uiuiuiui. Und ich kann das Bomberlein schärfen, was der Clown hat. Okay, so soll ich das jetzt zeichnen oder was? Ähm, das wäre dann das Smiley mit dem hier. Das wäre das hier mit dem hier. Das wäre das mit dem. Das ist ja u-easy. Das soll schwer sein. Habe ich schon viel schwerer gehabt. Das mit dem hier. Und das mit dem hier. Das mit dem hier. Das mit dem hier. Das mit dem hier. Wenn das ja nichts auf Zeit gehen würde. Manche sind schwerer, manche sind leichter. Das ist ja das Lustige eben. Das mit dem. Das mit dem hier. Das mit dem. So und so. So. So mit dem. Das mit dem. Oh mein, ich war gerade so... Na, sie nennen mich nicht Puddles für nichts. Wer das gemacht hat, war ein echtes Monster. Vielen Dank für mich frei. Hier, vielleicht wird es dir helfen, den Mann zu holen. Oh, wie immer, auch dahinter steckt ist ein wahres Monster, denn ich musste schon so dringend aufs Klo gehen. Vielen, vielen Dank, dass du mich befreit hast, jetzt kann ich endlich, naja, meine Bedürfnisse nachgehen. Hier, vielleicht hilft dir das dabei, den Kerl zu finden, denn ich war früher mal Postbote, und darum habe ich noch dieses Emblem bei mir, was du in den Postkasten reingeben kannst. Clown, oder dich hätte ich keine Chance gehabt. Endlich ist diese unmenschliche Qual zu Ende und ich kann aufs Klo gehen. Dankeschön. Tja, bitteschön. Hab ich doch gerne erledigt für dich. So, ich nehme mal den kurzen Weg hier rauf und nochmal rauf und hier zum Briefkasten. Jetzt kann ich das Siegelchen hier reingeben und ich kriege ein Wimmelbild. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts. Wir können wieder gehen. Ach, 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 ach. Okay, das war nicht wertlich gemeint, dass ich jetzt gehen kann. Ach, 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 ach ich anscheinend keine wohl die würde ich wahrscheinlich als erstes mitnehmen wenn ich hier wäre so was mache ich mit einem zwirn spitzen bleistift okay jetzt brauche ich nur einen bleistift wo habe ich einen bleistift da habe ich einen bleistift den kann ich spitze spitze jetzt ist er spitz tja halskette perle als kette brief öffner da haben wir die büroklammern da ist der brief öffner linie entschuldigen mich ein bisschen aufziehen muss noch ein bisschen verkühlt nein ich wollte nicht rausgehen so dann haben wir noch versuchen wir noch lineal herz und krone da ist die übrigens die karte da ist das herz krone und lineal lineal haben wir hier hinten und eine krone haben wir hier hier das wollte ich ja sagen drücken schaltknauf vielleicht hier hier meine güte huch ok Da ist Lance. Er ist in einem schrecklichen Gerät eingeschlossen. Oha. Okay. So aktiviere ich es nicht. Was haben wir denn hier alles Schönes? Da haben wir Gold. Da haben wir Geld. Brauche ich da die Sicherungen? Nein. Okay. Was haben wir hier? Drei Schlösser. Hm. Es könnte noch etwas dauern, bis ich das hier aufgeschlossen habe. Zum Glück bekomme ich Überstunden bezahlt. Na, sei dir da doch noch nicht so sicher. Erst musst du den Fall lösen. Muss. Man muss nicht klopfen. Es war schon lange keiner mehr zu Hause. Woher willst du das wissen? Hm. Der Mond da hinten schaut geil aus. Okay. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben Gold bekommen. Gold ist gut. Das können wir da herlegen. Ist aber noch immer nicht das, was wir brauchen. Was habe ich da noch? Ein Eisenpferd. Was? Da bin ich froh, dass es noch nicht beginnt. Was haben wir denn da noch? Ja, sonst haben wir nichts mehr außer zwei Sicherungen. Aber wo können denn die Sicherungen hin? Ich brauche entweder Isis oder eine sehr lange Leiter. Und dann nehme ich eine lange Leiter. Komm. Hui. Dankeschön. Taste 1. Ah. Oh. Geld, Geld, Geld. Und eine Zangenhälfte. Mit der Zangenhälfte wissen wir auch schon, wo wir hingehen. Und zwar hierher. Schwupsdiwups. Und wir haben eine Zange. Tja, was kann ich mit der Zange jetzt tun? Eventuell das hier wegschneiden? Nö. Ah, Werkzeugkoffer. Was ist das? Da war der Blitz. Das ist eine Dechiffriermaschine. Okay. Und Geld. So, jetzt haben wir den Blitz bekommen. Den Blitzanhänger. Scheiße. Da ist noch eine Wackelfigur. Ah, scheiße. Direkt den Blitzanhänger. Wo haben wir denn den gesehen? Da drinnen nicht. Ne, da auch nicht. Da. Okay, dann haben wir den Code gefunden. Super. Es fordert eine ruhige Hand, um dies zu erledigen. Irgendwie starte ich den schon mal an. Gar nicht dabei, weil es nicht geht oder was. Ja, geht dabei wahrscheinlich noch nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und nochmal zurück. Huch. Okay. Ja. Achso. Wieso ist das vorher nicht gegangen? Verstehe ich nicht. Strich, 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 Punkt, Punkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso ist das hier. Was ist der Sinn.